Hasenalarm, diesmal hier im Dresdner Tierheim in Stetsch. Wir suchen eine neue Familie für diese kleine süße Hasenschnute. Die Kleine ist ca. 7 Monate alt, ist ein Angorakaninchen, hat im Moment noch keinen Namen und keine eigene Familie. Bei Angorakaninchen ist es wichtig, dass man sich um die Fellpflege kümmert, also die muss man immer mal ein bisschen bürsten, muss gucken, dass sich keine Fitze bilden. Ansonsten ein richtig nettes kleines Kaninchen, super freundlich, sollte nicht alleine gehalten werden, das ist wichtig. Also Kaninchen brauchen immer einen Partner. Alle Infos gibt es jederzeit hier im Dresdner Tierheim. Kommen Sie einfach mal vorbei.